servus und hallo zu einem neuen spiel ganz spontan mit kingoga und viola runde golf im discord ist noch der hoschi und der küli und ganz spontan haben wir gesagt wir spielen mal drei runden und der verlierer muss ein scheißspiel spielen das ihm der andere irgendwie gibt oder so maximal euro auf steam und ich habe meine map aufgemacht die noch nie gespielt habe und überhaupt nicht kennen ein klassiker natürlich die eis map am anfang wie immer wie die letzten 200 male oder so 2000 male meinst du wohl eher oder so ich habe eingestellt keine rücksetzt strafe und kollisionen an die künditionen willst nur zu zurücktreten von dem einsatz ich bin dabei ich bin drin los geht auch bereit ich weiß dass der koga die 39 sender ausgibt hallo an alle zuschauer von benutzernamen so das war das war zu stark glaube ich ja das habe versaut schade nach schade zu schwach nicht gut nicht aber die miesen die miesen strecken wie die kombinieren verdammt der zieht mir jetzt hier schon wieder etwas was soll denn ihr habt das spiel vorgeschlagen und das ist meine map quasi also schande über mich haben wir gedacht schlägst mir ganz heimlich was vor und jetzt hör mal auf rumzufangen und rumzuspielen und machen wieder ok nee 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 ne nee nee scheiße es ist echt spannend es ist echt spannend Da rollt der noch mal raus. Ich hab das aber echt schon lange nicht mehr gespielt. Heute Morgen erst. Nö, 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 wirklich schon lange nicht mehr. Ich hab doch gerade jetzt deine Partie beendet. Also schon lange nicht mehr gespielt. Und Ramm vorbei. Zum Kotzen. Ach, ernsthaft? Wo sind die ganzen Hole-Involvements? Also liebe Zuschauer, natürlich jede Runde ein neues Video. Wo sind die ein Loch? Unten. Du musst runter. In die Ecken. In die Ecken. Ah, toll ey. In die Ecken sollen Löcher drinstecken. Ernsthaft? Jetzt rollt er noch nicht mal ganz rein hier. Sehr schön. Man sieht schon, die Laune steigt beim Guga. Ja, das Gute ist, dass ich die Maps nicht kenne, ne? Ach, das macht ja nix. Ist ja... Nö. Ich freu mich jetzt schon auf das Spirälchen. Da wird der Spaß in den Backen kriegen. Ja, ist nicht schlimm. Ah, guck mal, ein Hole-In-One. Uuuuh. Hoshi, warum spielst du denn nicht mit? Weil ich das Ding hasse wie die Pässe. Es gibt nichts Schlimmeres. Ich verkack hier grad Vollgas. Ist ja nicht so, dass ich irgendwie unter Druck stehe, ne? Ja, nur minimal, ne? Muss er nehmen, aber noch ein Stichwort. Drei Stichwörter. Wie passt das zusammen? Hoshi-san, Goldfit und Ragequid. Ja, 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 das hat man diverse Mal. Das ist super. So, äh, wie war denn hier die Strecke? Wie steht... Weiß ich gar nicht mehr. 13 zu 17. So, ich lass mal mal gucken, wie der das macht und dann versuche ich zu folgen. Oder du rüben wirst mal so aus. Das Spiel bringt mich zum Ragequid. Ach, ernsthaft? Hätte ich stärker machen müssen? Oh, schwarz. Wie denn? Ach, vielen Dank. Ohne Probleme. Na, 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 hui. Und? Und? Hui. Und? All in two. Hui. Nein. Ganz nach meiner Kamera vorbei. Ich passe das nicht. Ja, ja. Ja, ich habe vorbei. Ich habe auch wieder erlebt. Ich hatte noch mal Glück, ob das da reingegangen ist. Mein absolutes Hassloch steht dir noch bevor. Eigentlich gibt es da mehrere Hasslöcher. Die kommen noch. Zu, schareg, zu, schareg, zu. Na, passt noch. Der wartet auf dich. Mhm. Nö, nö, nö. Okay. Oh. Oh, tschüss. Verdammt. Hier muss ich mal ein bisschen... Oh, da ist ein Loch in der Karte. Bisschen weniger. Der Bitkönig schreibt was bei dir im Chat. Also der Christian. Ja. Meinung zu Golfit. Es gibt nichts Schlimmeres. Meinung zu Goldrush. Es gibt nichts Schlimmeres. Zu allem, was ich mir wünsche. Es gibt nichts Schlimmeres. Das ist tatsächlich ein Spiel, das bringt mich tatsächlich zum Rage-Quid. Och. Mehr als einmal hat... Das Ding hat es mehr als einmal geschafft. Ja, ja, ja. Ich weiß. Ich war dabei. Nein, 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 nein. Oder? Das bringt mich in der Rage. Ja, ich glaube, das war auch so der Hass. Wir rollen mal ganz entspannt rein, hoffentlich. Der ist noch vorne, das nervt mich so. Der ist fünf Schläge vorne, die Sau. Abwarten. Jetzt sind es nur noch vier. Abwarten, User, abwarten. Nein. Jetzt geht's los. Nein, ich mach dem direkt nach. Ich hab die Map echt mal gut können. Wenn der Pyrrho mich jetzt zuschauen wird, schöne Grüße an dieser Stelle, der wird mich auslachen. Der hat einen Rekord von 45 Schläge auf der Bahn. Ach, verdammt. Zu schwach. Ich hab mich Depp gemacht, als soll ich. Mal komplett aus. Ja, komm. Äh, in welche Richtung? Die, ne? Warte mal, wild drauf los. Die zweite Bahn wird YouTuber's Wet Dream. Ich dachte tatsächlich, wir spielen dreimal dieselbe. Ja, können wir auch machen. Aber YouTuber's Wet Dream, das hätte auch was. Oh, das wird langsam knapp. Äh, ja. Das geht an die Nummer, die dritte. Weiß nicht, was bei der Bahn war. Fest, äh, nicht fest. Verdammt. Das war vorsichtig. Horsche, stimmt das. Mach deine eigenen Erfahrungen. Okay, hole in one. Natürlich auch. Sehr gut. Ja. Ja, wir kommen so langsam, aber sicher in die, in die Kategorie, warum wir in one? YouTuber's Wet Dream rückt immer in die nähere Auswahl, ne? Aber die Bahn kann er anscheinend. Ich wollte irgendwas, was er überhaupt nicht kann. Ich wollte einfach mal ein Arschloch sein. Ja? Ich kann jede Bahn. Nein, kannst du nicht. Psst, Horschi! Spoiler doch nicht! Nein! Nein! So, etwa hier. Hm, okay. Nein! Verdammt so schwach. Huch, aber auch. Ernsthaft? Das ist dem Kühli auch passiert, meine ich. Ja, das ist vielen passiert. Schön auf der Kante liegen bleiben, ey. Mann! Ja. Herzlich willkommen. Da ist er. Nein! Uh! Okay. So kann man's auch machen, ne? So, jetzt haut er mich raus. Sag ich doch. Und, komm. Ah, schade. Theoretisch ist es sogar möglich, ein Hole in Null zu kriegen. Hole in Null? Ja. Ja, okay. Wenn der andere dich reinhaut. Komm her, komm her. Ja, ja, ganz entspannt. Ich komm sofort. Ich hab keine Ahnung, Chris. Verdammt! Puh, es wird echt eng. Ja. Fuck. Er hat sich ja jetzt auch nicht wirklich verabschiedet. Wer? Der Kühli. Weil er etwas schreibt. Wir meinten nur, dass der ins Bett muss gleich. Aber, dass er schon weg ist, hat er noch nicht direkt geschrieben gehabt. Ah, toll. Ein Loch zu kurz. Er sagt, er geht jetzt gleich ins Bett, dann kann man das als Verabschiedung werten. Aber er sagt, er ist ja noch im Discord, aber hat nur das Mikro aus. Die Lutzern haben, hä? Ja. Ja, um einen rechten. Spielst du eigentlich auf FIFA? Ich bin übel schlecht. Nein, ich spiel kein FIFA. Ich glaub dir nicht. Das kennt dich vom Allerfiesesten. Ja. So war das so dermaßen abgeledert. Das war schon peinlich. Hm-mm. Alles, was ich gesagt hab, war die Wahrheit. Hm, genau. Ich hab dich trainiert. Und zack, sieht man, der spielt heute. Scheiße, scheiße, scheiße. Ja, Goga, mach weiter so, bitte. Wie viel, hab ich noch Rückstand? Oh, das wird knapp. 52. So, PS4-Spielzeiten anzeigen lassen, so geht's, okay? Nein! Ach, geht doch. So, erste Runde geht an den Gruber. Jetzt haben wir die anderen FIFA-Spielzeiten mit einrechnen, gell? Sehr schön. So, an dieser Stelle sag ich aber vielen Dank fürs Zusehen. Servus, tschüss und das war Runde 1 von 3. Weiter geht's im nächsten Video. Bis denn. Das war's. Doh. 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 Da.